Die Universität Bayreuth ist eine junge, aufstrebende Universität, die Ende der 70er Jahre gegründet wurde und hat mittlerweile trotz der 12.000 Studenten noch ein reges Wachstum und einen regen Zulauf zu verzeichnen. Die Universität Bayreuth hat im Fach Sport für das Wintersemester 2017-2018 einen neuen Sportstudiengang, einen Masterstudiengang Sporttechnologie eingerichtet. Zum einen würden wir uns freuen, wenn Bachelor-Absolventen der Ingenieurwissenschaften nach Bayreuth kommen und sich auf dem Gebiet des Sports spezialisieren möchten. Und genauso freuen wir uns, wenn Sportwissenschaftler nach Bayreuth kommen, die dann sich in technischen Fragen hier spezialisieren wollen. Und ich denke auch, dass die Unternehmen um Bayreuth wie Nike, Adidas, aber auch Medi in Bayreuth sich über Absolventen mit diesen Schwerpunkten sehr freuen würden und fordern daher alle Ingenieure und Sportwissenschaftler auf, hier bei uns im Wintersemester 2017-2018 den Sporttechnologiestudiengang zu beginnen. Und dann sehen wir uns bei uns im Wintersemester bootstrukturen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020